Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir beschlossen, zum Weltenauke zu gehen, haben es aber nicht gemacht. Weil wir irgendwie alles andere erledigen. So, und dann haben wir natürlich wieder... Oh Gott, sie haben uns gesehen. Verdammt. Wir haben schon wieder unsere drei sehr merkwürdigen Geschöpfe gefunden. Und ja, bringen wir es hinter uns. Was zur Hölle macht ihr hier und warum habe ich euch angesprochen? Also, Joy, ich möchte, dass du dieses Klavier verwendest, um mich zu inspirieren, wie noch nie zuvor. Aber Cass, ich kann doch gar nicht Klavier spielen. Weißt du, was mit Typen passiert, die sowas sagen? Wutsch! Himmlisch! Kann sein, dass ihr Hut immer größer wird, oder will ich mir das nur ein? Ach, da seid ihr ja wieder. Oh, äh, schön dich zu sehen. Ist Joy gerade wieder nach oben geflogen? Der arme Katz sitzt in der Pridolée. Er ist schon seit Tagen ohne Inspiration. Wovor braucht ihr überhaupt Inspiration? Katz ist Schmied und Joy trifft ihn. Hilft ihm, eine neue Waffe zu bauen. Das nimmst du Elfen? Aber natürlich! Aha, das war's. Ich sehe Flügel auf diesem Klavier. Du blimmst dich! Joy, kommt zurück! Joy! Oh, schau doch, er ist wieder inspiriert. Wie schön! Okay, was zum Teufel stimmt nicht, wie ich den Leuten... Bist du bereit? Jawohl! Alles klar, was ich mich ja frage, spricht dieser Vogel ein in seinen Kopf, oder er? Das ist eine ernste Frage. Jawohl! Feuermarsch! Mehr, mehr habe ich gesagt. Bist du Feuer, Joy oder etwa nicht? Ich tue, was ich kann! Wow, das ist echt tough. Äh, ja. Ich glaube nicht, dass wir hier gebraucht werden. Wie wäre es mit einem leckeren, selbstgekochten Essen, bevor ihr geht? Oh Mann, ich... äh, nein. Ach, ihr seid schon wieder satt. Wie schade. End. End. Jawohl! Er ist fertig. Es ist fertig. Hurra! Das ist es. Das Schwert, das ich schon immer schmieden wollte. Ist es nicht einfach, ein normales Kampfschwert? Sieht ganz danach aus. Gute Arbeit. Gut, warum nennt ihr es nicht einfach? Äh, pass auf damit. Kommt ihr zwei, gehen wir. Ein Kampfschwert. Yippie, aye. Ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder. Kommt so ausgeführt, wir sehen sie aber wieder. So, kommt später von Bautkanz. So, und ganz kackfrech hier. Also ich aus wie nachguckt habe ich ja schon wieder eine Anfrage, glaube ich, reingekommen. Und da fragt auch, der magische Katar, Nummer 83. Und zwar, Kaios Katar, mal sehen. Ich glaube, jetzt von Taste of the Tempest. Aber ich bin mir nicht sicher, dass er dieses Spiel, wo die Schiebefiguren hier, glaube ich, sind. Also, ich bin mir nicht sicher, dass er das ist, oder was haben wir hier noch? Erhöhungseffekt, Präzision, Präzision, das ist eigentlich besser. Regeneration und Angefahrung, perfekt. Dann totenerzen, eine neue Art, weiß ich nicht. Wissen wir ja die ganzen, warte mal. Ja, oder warte mal, wir haben ja ganz viele. Wirkzeit, ja. Ja, da war jetzt Verschwendung, fand ich. Dann gucken wir mal, was wir noch hier haben hier. Ich habe hier wieder schon plus 30 Prozent, ja. So, nee, da wird schon keines aufgetaucht. So, dann rennen wir mal nochmal durch die ganze Gegend wieder. Geht eigentlich schnell losklingelt. Dann gehe ich dann den ganzen Weg zurück. Na, wer weiß, ob wir noch alles finden, was noch alles passieren wird. Warte mal, wir können ja mal beim Herrn Oswald vorbeischauen. Und dann gucken wir mal, ich habe jetzt keine Bock. Auf dem Rückweg gehe ich mal, gucken, ob da was passiert. Und wenn, dann zeige ich jetzt hier noch. Aber jetzt nicht. Jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt muss ich sagen, nee. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja noch was machen. Wir haben ja noch eine Quest hier auf. Und ich habe gerade irgendwas geschmiert, glaube ich. So, an dem Quest. Wir brauchen ja... Rocker-Gong-Fälle. Wir sind gebeten worden, Rocker-Gong-Fälle mitzubringen. Klingt nicht so, als ob man das durch einen Stich im Kampf kommen würde. So, das wäre lustig. Wir dürfen zum Rocker-Gong gehen. Äh... So, wie soll? Weil, glaube ich, nicht weit entfernt. Jo, hier. Okay, Anfragen. Curry, wirbelne Muschelschale. Katsching. Vielen Dank. So, und noch alles hier. Ja, ich muss es nochmal zu ändern. So, dann könnten wir... Ich weiß nicht. Kann ich nicht irgendwie zum Rocker rumgehen? Allray, what? Hä? Ich habe auch nochmal Allray. Ach, hier. Okay. Ja, das hier ist so eine Idee von Rocker-Gong, glaube ich. Au! So, müssen wir, glaube ich, den ganzen Weg nochmal dahin dringen. Hamburger. Warum habe ich kein Hamburger? Was ist das denn? Stellt mal einen Hamburger her mit... Weiß ich nicht. Brötchen. Das wollte ich nicht machen. Ich weiß ja nie, weil man hier irgendwie die ganzen Dinger braucht. Deswegen... Hier mal neu kaufen. Wo ist das denn? Das war das. Das war das. Das war das. Das war das. typ hier so was kann dass man es gibt ritter wasser genau ist aber herstellen irgendwann brauchen wir sowieso alles ja das kann man noch warten haben wir müssen ein hamburger herstellen kann ich den hamburger herstellen kein bock schon wieder ein bock dann müssen wir einen ganzen weg mal kurz hier durch rennen weil darauf haben wir jetzt so viel bock dann gucken wir mal ob wir schaffen das feld vom rocker gang abzuziehen ich war mal einfach es gibt es ja nicht ich hatte überhaupt hier oder da war hier da kommt ein gebiet gleich da müssen wir irgendwie schaffen vom rocker gang zu besorgen einfaches gibt es natürlich nicht und da muss ich aber noch vorhin kommt wenn man kann das haben kann man ein pflanzen eigentlich nicht aber was soll stadt betreten wer war eine falsch ist finde ich gut ach ja jetzt noch der typo war diesen karten hier die spiel machen können aber wird schwieriger wenn man jetzt schon mehrere karten hat das man hat so haben wir wieder ein paar minuten verschwenden zu ein zwei minuten geil aber egal schafft man schon irgendwie ich möchte das mal das hier wer kann auch du siehst ein bisschen aus wie rita aus tels basparia das geplant ein absolut kranker zufall ok wir sind schon wieder neue dinge reingekommen kann passieren kann ich habe auch kann ich nicht wie soll ich nicht könnte warte mal kann ich bei dir nicht karriere herstellen ich glaube gemüse ist jetzt was ich habe schon okay für so viel gemüse ist jetzt man bin ich krank da hier ist der rocker gang irgendwie strata wüste ausseiten und teleporter sein kann ich doch jetzt nicht wissen man so und dann müssen wir es glaubt man nicht den rocker gang verklauen und einige angriff mit denen kann man ja klauen deswegen müssen wir einfach noch verdammter drücken er ist kein speicherpunkt in der nähe verdammt das heißt wir müssen gucken aber kurz beharrt uns gucken chance auf gestohlen das objekt ist okay da möchte ich den anpreise zum taumelschlag und jetzt nach vorne drücken dann hoffen dass wir irgendwann klauen können weil wir heute nur gegen den rocker und kämpfen warum denn nicht herausfordern wir sehen wirklich herausfordernd na klar hallo oh gott ja ich lebe noch gut weil er jetzt greift er nicht so schnell an der auferstehung auf okay wir haben uns an ob wir haben das fälle wir haben das fälle bekommen gut wir können ich habe mir etwas klimatischer vorgestellt so als kann man den ganzen weg glaube ich noch mal zum so nach zaubert hier zurück latschen abgeben weil wir sind so okay diesmal nehme ich den ja und keine ahnung die bärte vorderstehung weil sie nicht zum anderen land zurückgehen ja ja ich habe das nicht aber wir können auch von daraus nach dinge zurück dass wir keine neuen sachen jetzt aufgetaucht oder doch das auch ja auch hier auch und ohrringe wenn er nicht rot was schreibt feder und eine schöne feder in juli werte ja toll als er hat raus das geben die dinge uns ab und perfekt willkommen auch ging es fahren so und wenn wir überhaupt hin perfekt und immer noch mal land wir haben jetzt alle zeit der welt ich habe nur dass ich keine cutscene irgendwie so übersprungen weil es nämlich richtig blöd ich habe jetzt nicht gewollt aber in land irgendwelche dinge ist haben irgendwelche quests aber ich glaube wir haben irgendwelche quests aber ja schön blöd wenn nicht der brunde ist immer noch kaputt was soll das denn ok muss prüfen so viel jahres hallo schon mit dir ja ein hübsches band hier haben wir erstmal also nicht es kommt immer neue quest immer neue immer immer nach und immer wieder level hoch ausweichen was da ist ja mal gut manche schon früher bauen können schub es kann ich ja mein gott als hier jetzt schon maximal ist klar geil lohnt sich ja kreis angriff jawohl jawohl schub pflegen gut das wenn man im elf modus wl vielleicht voll haben dann einmal geheilt und 30 prozent alles gut als er es nicht wusste naja nadel und windows militärgeschichten genau da war ja auch noch hat der weg für uns überall hin ich hoffe ich kann ja grace halt genau da glaube ich auch ganz viele quests als ich jetzt mal geguckt haben sollte vielleicht mal auch die ganzen dinge lesen was wir überhaupt für question ja erledigen da war weil sie nicht so viele quests und naja das wien so online spielen ist ob es jemand irgendwie den auftrag wie so vorher durchliest oder so einfach quest auf den berühmungen abholen und schüssen aber keine nach der katana genau hey sowas kann ich für meine sagen brauchen sagt mir das jo extra für dich geschmiedet mein junger weil ich diese ganzen dinge benutze schon wieder was geil auch elf schub pflegen hat zweimal kp herstellung das ist ja 60 prozent und pflegen auch noch mal erwoll 90 prozent wenn wir dann dann werden wir folge als sozusagen beim elf schub richtig geil ja wir sind jetzt überport bald was haben wir hier aber nur den haarnadeln von dem an neuen dinge haben okay was ich vergesse mal ja locker durch klatschen können dann gehen wir zum hafen nach barona dann gehen wir nach barona wenn ich auch hier das oder so gehen gehen wir noch die hana gab und noch was dann mache ich auch glaube ich vor zwei jahren schon wieder fünf pack aufgenommen das reicht ja das reicht man ich denke mich doch nicht hier noch mehr aufzunehmen verdammt wenn ich jetzt hier auf dem weg bin verdammte angewohlen oder überhaupt nicht und sonst mal so eine angebotet haben derzeit einstürmer hat mal wir haben die quest jetzt mit der geschichte und wind erwarten ich weiß nicht mehr wo man die militär geschichten bekommt dass man hier nicht irgendwie was finden eigentlich irgendwo ich bin mir jetzt nicht sicher ich komme mir mal die quest an weil wo wert mehr bekommen da weiß ich wir sagen was habe ich das nächste mal militär geschichten bin ich mir jetzt nicht so sicher gehen wir jetzt einfach das ding uns ab hier die haarnagel oder stecknagel oder so immer haarnagel eine magische katar wieder bekommen wir wohl ja wohl und zwar jade jade katar hört zu wenn du meine schwester auch nur ein märchen kipps der ist aus der schwester 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 ja er ist die schwester der ist der bruder der hauptcharakter in glaube ich ring 13 ok ich wollte mir jetzt eigentlich die quest genau angucken oder ein ich habe auf dem rückweg ausland meine bücher mein buch über windows militärgeschichten verloren oder es falle ich durch die prüfung und das wird requirierte wappen von window wurde gestohlen gruppe soldaten aus dem ordnen bald könnte damit zu tun haben ja da gehen wir als nächstes mal aber jetzt würde ich sagen wir haben genug gemacht ich habe genug gemacht ich habe bei tales of my gott ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage tschüss das ist das ist das ist das ist das ist die das ist das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.